Köln! Weil Handwasser geilste Sport der Welt ist und weil die deutsche Mannschaft super ist. Deswegen ist es geil. Es ist spannend, es ist fair und es macht Spaß. Ich war noch bei keinem Handwasser hier. Und ich bin hier, weil einfach die Stimmung so cool ist und man das mal sehen muss, finde ich. Der Deutsche muss Weltmeister werden, weil es die geilste Mannschaft der Welt ist. Das ist Martin James High. Das geht doch bestimmt noch lauter! Das ist Martin James High. Wenn ich's gehe, sag mir wo und wann. Wenn ich's gehe, wer sonst? Es wird sein, komm wir nehmen das Glück in die Hand. Das ist Martin James High. Ich hoffe, dass es jedes Mal hat einen Ballekt. Ich hoffe, dass ich auch noch mal sehen kann. Wenn ich's gehe, dann habe ich einen Baum. Ich komme noch bei keinem Haus und in die Hand zu sein. Ich komme noch immer zuvorsen.